Guten Morgen, zurück zu Minecraft Story Mode. Wir versuchen Lukas zu retten. Und er ist erstmal alleine. Die anderen holen Gabriel, den Warrior of the Order of the Stone. Aber dieser Golem könnte ein kleines Problem werden. Ein ganz, ganz kleines. Lukas, kannst du mich hören? Selbst wenn ich schweiß, Jesse? Ist das du, der schweiß super laut? Lukas, hör! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich habe meine Maus nicht an der Tastatur. Meine Hände, meinte ich. Wenn ich mal ganz andere Frage... Wo ist der Typ abgeblieben? Das ist auch nicht so schwer. Zu uns! Du denkst nicht, dass ich das schon versucht habe? Jetzt, Lucas, renn! Oh, what the way! Holy mackawoni! Okay, ihr seid zu dritt so. Da könnt ihr immer besiegen, wenn er sich bei jedem Geräusch umdreht. Der Kerl schon mit Sicherheit auch noch da. Ich weiß nicht, ob jemand war. Kein Mann hinterlassen, das ist mein Motto. Ich habe dir einen verdienten. Gabriela? Wo sind die anderen? Mann, ich weiß nicht, wie ich kann es nicht klar sein. Schmerzen Leute, machen schmerzen Dinge. Freak, mit einem Schmerzen. Ich will, dass du mich hörst. Was willst du mir machen? Wie erzählst du mit Charade-Style? Ich versuche dir. Das ist die letzte Sache, die ich dir mache. Fünf Worte. Sechs Silber. Soll es sein. Das Monster in der Schmachung. Das Monster in der Schmachung. Ich habe eine Frage für dich. Entschuldigung, Herr. Du musst auf deine Zeit warten. Ich sage mir erst, du wirklich glaubst, dass jemand jemand großartig ist? Mit genug hartes Arbeit? Ja. War das, wo ich falsch ging? Ich einfach nicht so hartes Arbeit? Ivor? Ist das wirklich du? Du? Wie darfst du dich so unterhalten? Das ist der Typ, der uns in der Schmachung hat. Ich wünsche, dass ich mich überrascht bin. Wenn es überrascht ist, wie du willst, du bist für ein Schmachung. Warum erzählst du ihnen die reale Geschichte, Gabriel? Ich sehe, dass Zeit hat dich schmerzt. Und es hat dich... ... ein viel größer Typ. Jetzt diese Leute wurden gegründet. Und ich bin bereit, zu deliverieren. Ich bin bereit, dass sie die Wahrheit lernen konnten. Ich bin bereit, dass sie die Wahrheit lernen konnten. Gabriel, du ihn zuhörst! Komm, Gabriel! Komm, Gabriel! Okay. Ich habe ein Problem. Oh Gott, ich habe falsch gedrückt! Ich habe den Fall nicht gesehen. Jetzt habe ich die Fall richtig gesehen. Gut. Oh Gott. Wie wär's mit Flucht? Wie wär's mit Flucht? Wie wär's mit Flucht? Wie wär's mit Flucht? Wie glaubt ihr das stehen, die Idioten? Das klappt ja wunderbar. Oh Gott. Oh Gott. Tja, was hab ich gesagt? Was hab ich dir gesagt, Axel? Will ich mich verarschen? Was? You coward! Komm zurück! Was? Disco? Disco Witherman? Witherman? Oh Gott, cool! Ich... Presse Kuh! Ich drücke eh! Thank you. I've always right about one thing. I can't defeat that thing. Not on my own. Everyone's running away. Except for you. Will you help me? Yes! But what needs to happen next? I can't do alone. Can we help me? Follow me! Out of my way, chickens! Okay... Das ist... Gepärlich! Ach du Scheiße! Ich move doch forward Ich kann gar nicht mehr forward Oh Gott im Himmel Hör auf quatschen und rennen Ah ok, we've got a poor boy Oh Gott Oh Gott Ich presse Q Ich bin so schlecht in solchen Events Ich presse doch Q Oh Gott Oh Gott Fuck Ich kann nicht stoppen Ja auf jeden Fall Warum kann der Kerl nicht kurz anhalten Oh Gott Ja auf die Portrace Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh 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 wie weit ist denn das scheiß tempel weg wo sind alle anderen auch schon gerade eh ich wieso soll ich teilweise drücken die rechts oh god oh freaking god oh 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 o u u u Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Ja dann geh da rein! Komm, du bist da weg! Ähm... Da sind wir im Lerder! Äh, something's not right here! It's not lit! Hahaha! Hahaha! Was wäre denn jetzt passiert, hätten wir das nicht genommen? Oh Gott! Nein, 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 lass den nass! Warum retten wir den jetzt noch mal genau den Kerl? Ich mein, wenn dann Bori hat, dann kann er auch wie eine Legende sterben! Hauf zu labern! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das sind immer die besten Anweisungen! Holy Macaroni! Das war ein cooler Buch! Das war du das! Oh Gott! You too! Go through the portal and meet up with the others! Stay here and do whatever I can! Go on Jesse! Get through that portal, now! Petra, you've got to go through the portal with us! Sorry Jesse! This is something I've got to do! Warum? Boah, ist traut. Ja komm, dann bewegt deinen Arsch, Jessie. Oh oh. Warum kust du so dumm? Ah, dann, äh. Oh, wow, 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 wow. Ach, sie konnte 망icht treffen. Was ist jetzt mit Petra? Petra? Dass Bonken weg? Oh Gott, ne, ich wollte ihm jetzt keine Vorwürfe machen. Ist doch jetzt egal, ich wollte ihm gar keine Vorwürfe machen. Und isn't his fault. Kommt mal. Hey, hier ist sie! Oh Gott, oh nein! Oh! Oh, wow! Ey, das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Ey, halt deinen Maul, du hast alles ruiniert. So, hat er verdient. Putz. Na doch, meine Wut. Das heißt, sie lebt aber noch. Oh, du bist nicht verdient. Of course. Da ist eine gewisse Linie zwischen verdientem und verdientem. Und dein Freund hat ihn verletzt. Du bist ein verdient. Na komm, er hat wahrscheinlich recht. Er ist ein Arschloch, aber er ist irgendwie auch ein cooles Arschloch. Weil er hat zumindest recht. Er erzählt ja keine Scheiße. Was war das? Ich wünsche dir gute Glück, aber Glück wird dich nicht durch den Nieder. Du hast meine Sympathie. Was? Ist das eine Swiftness? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Does er jetzt nicht kaputt machen? Hab ich ... hab ich Verklickt? Wow! Ja, das ist viel Lava. Und Feuer. Und andere Dinge, die dich zu sterben können. Oh, nein! Oh, das ist ein Dramat. Das ist sehr, sehr ein Dramat. Was ist ein Dramat? Was ist ein Dramat? Oh, crap! Du warst nicht. Alle, aufhören! Woa, 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 woa! Woa! Fuck! Da hab ich nicht nochmal mit gerechnet. Oh, kurz! Oh, arms don't fail me now. Ja, ha! Woah! I thought something bad was gonna happen there, but I guess everything's gonna be... Woah! Woah! Oh, man! Geile Bahn! Uh, Axel, Olivia, Ruben, anybody? Boom! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hau es! Hau es! Hau es! Uh, dummes... Kackvieh. Hab ich kurz Angst gehabt. Ja, ich nicht so... Oh Gott! Äh, hallo? Oh Gott! Oh Gott! Jetzt! 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 Ich bin so... Oh Gott! Oh Gott! Boah, ey! Meine Fresse! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Biet! Biet, das ist toll! Das stimmt voll gut, das stimmt sogar voll! Kannst du auf, wie, in deinem Körper sein? Ja, ich weiß, weil ich einfach nur fünfmalen habe. Wow, schau mal an diesen Ort. All diese Tracks convergen zu diesem Punkt. Probierst du wahrscheinlich auch irgendwo in der Welt von hier. Da ist der Portal. Das ist was Gabriel sagte. Das ist unsere Weg raus. Ja, und da, wo wir die Leute retten müssen. Also los geht's. Wir könnten aber wieder zurückgehen. Danke, dass du so wunderschön bist, Axel. Okay, ich gehe. Ich gehe. Ich gehe jetzt. Komm, dann gehe ich ja zuerst. Das ist halt Spacken, ey. Das ist so ne Kante. Ich gehe. Ich gehe. Wenn du absoluten wirst. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Danke, Jesse. Hm? Hm? Let's go. Espero shine. Danke, er schme Hidden at Robinson. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.